Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 27. August 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 878 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Chrome, Canon, GoodNotes, DJI OM4, Neon und Apple Maps. Ich beginne mit dem Chrome, ein beliebter Browser für dieses Internet. Aus dem Hause Google, der ein grosses Problem hat, einer der Gründe, weshalb ich ihn nicht nutze. Und das ist, dass die einzelnen Tabs, wenn ihr dessen viele offen habt, sehr, sehr speicherhungrig sind und auch Strom fressen. Und somit eben halt nicht so eine schöne User Experience beitragen. Google hat schon ganz viele Male, ich glaube mittlerweile gibt es irgendwie 80-90-Version oder die 80-90-Version des Browsers gesagt, dass sie da ein bisschen gefixt haben, geschraubt haben, was auch immer. Bis anhin wurde aber nicht wirklich merklich vieles gemacht. Das soll sich anscheinend, und Google verspricht, wieder mal ändern. Nämlich soll durch eine neue Technik, die sich Tab Throttling nennt, das Ganze ein bisschen optimiert werden. Auf dem Mac soll das bis zu knapp 4% unter Windows fast 7,5% mehr Performance rausholen und eben gleichzeitig eben nicht noch mehr Strom verbrauchen und Arbeitsspeicher verbrauchen. Weiter geht es mit Canon und die kooperieren jetzt neu mit Google. Bei ausgewählten Kameras aus dem Hause Canon gibt es in Kombination mit der neuen Image-Canon-App eine Verknüpfung, worüber ihr direkt von der Kamera aus in die Google Cloud eure Bilder schicken könnt. Respektiv, das passiert automatisch, sodass ihr euch nicht mehr darum kümmern müsst, nicht mehr das Ganze quasi an den Computer hängen müsst, an den Nasen, was auch immer, um die Bilder zu übertragen. Grundsätzlich definitiv kein verkehrter Weg. Ich bin gespannt, wie das funktionieren wird. Es müsste nicht unbedingt Google sein, aber das ist Geschmackssache wie alles im Netz. Weiter geht es mit GoodNotes. Das ist eine sehr beliebte und coole Notizen-App, die eben noch viel mehr kann als Handschriftlich und auch nicht-handschriftlich. Die kann jetzt neu für Dokumente bearbeiten, wo mehrere Menschen gleichzeitig dran sitzen. Auch das nicht verkehrt, eine Funktion, die es in anderen Orten schon länger gibt. Da war sie überfällig und somit definitiv ein Update wert. Wer möchte, irgendwie um acht, neun Währungseinheiten gibt es die App im Store. Und so viel es mir ist, gibt es auch eine Mac-App genau und gibt es auch eine Windows-App? Nein, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall, im Mac-Universum seid ihr damit gut ausgerüstet, was Notizen anbelangt. Dann hat DJI ziemlich überraschend, oder immer noch nicht, weil immer im August ein neues Gimbal vorgestellt. Damals hiess es noch DJI Osmo Mobile 3 2 und das Original logischerweise. Habe ich überall zugegriffen, beim Dreier sogar zweimal. Wer also Interesse hätte, ich hätte noch einen Dreier, das mich verkaufen würde. Da mit dem Gimbal was neu ist, kommt vor allem etwas dazu, neben Kleinigkeiten und Optimierungen, ist es jetzt so, dass das Telefon eine kleine Halterung hat, was immer am Phone bleibt. Und ihr könnt damit dann magnetisch, mit einem Magnetringhalter, euch am Gimbal connecten. Somit dann natürlich schnell wegnehmen, telefonieren, weitermachen oder wie auch immer. Ihr seid somit noch ein bisschen flexibler, muss es auch sein, weil wir hatten es gerade gestern, die Geek Talk News, kommt in den nächsten Tagen online, in der Aufnahme, dass eben das Ding, es ist ein cooles Gadget, aber dadurch, dass man es immer mitschleppen muss, sollte, will, wie auch immer, eben nicht ganz das Ideale ist und nicht mehr ganz so häufig gebraucht wird. Dann geht es weiter mit dem Schweizer Fintech Neon. Eine Bank, wo ich auch Kunde bin. Die haben ja schon im Sommer mit Samsung Pay den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht, haben angekündigt, dass es nicht mehr dieses Jahr, aber noch Apple Pay kommen wird und noch dieses Jahr soll kommen Google Pay und soweit ist es jetzt ab. Ziemlich sofort kann man jetzt nämlich die Karte, die Kreditkarte, welche da im Konto hinterlegt ist, auch mit Google Pay nutzen und somit mit fast jedem Android-Smartphone. Werde ich zu Hause auf jeden Fall gleich einrichten auf meinen Geräten. Zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten zu Apple Maps, aber vorsichtig nur unter der Beta und noch vorsichtiger nur unter der Entwickler-Beta, denn in der Public, die ich drauf habe, ist es nicht drin. Kann man jetzt bei Apple Maps Bewertungen abgeben zu den Orten, wo ihr wart. Daumen hoch, Daumen runter, also nicht 4, 5, 3, 2, 1 Sterne, sondern einfach hoch oder runter. Plus man kann eigene Fotos hinterlegen. Das heisst, ich werde in Zukunft nicht nur bei Google meine Bewertungen abgeben, sondern bald wahrscheinlich dann auch schon bei Apple. Mal schauen, ob ich das mitmache und nicht noch eine dritte Plattform dazu kommt. Ja, wie gesagt, ist noch in der Beta drin, ob es und wie es kommt, das wissen wir aktuell noch nicht. Wie es aktuell ausschaut, ist, dass man Drittanbieter-Bewertungen von Yelp, FortSquare und TripAdvisor somit aus dem System rausnimmt. Wahrscheinlich, oder zumindest immer aktuell ist es so drin. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Die finale Version kommt ja irgendwann im Verlauf des Herbst dann online. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten, die ich für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen guten und vor allem einen erfolgreichen Start in den heutigen Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen am Freitag wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.